Wir haben deine Missionsziele hochgeladen. Grimms dort hier sagt, dass die Verschlüsselungsprotokolle der Ölplattform wasserdicht sind. Wir müssen also warten, bis sich einer von Nikolazs Schwachköpfen einloggt, bevor wir auf irgendwelche Daten zugreifen können. Warum versuchen Sie diese Plattform zu halten? Nicht gerade Nikolazs Bestes. Okay. Genau das hat uns misstrauisch gemacht. Nikolaz hat einige Zellen geopfert, um sie zu schützen. Was immer durch das Netzwerk geht, muss äußerst wichtig sein. Missionsziele auf deinem Hubset. Gut, wiederum. Gold? 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 Okay, fast turn, that's good. All right, moment of truth. This section is the hardest one of the level. Got it. I'm gonna risk it because this might be a rocket, but I don't think this is gonna make it. I don't think the god will go down. Oh, he did, cool. Dude, the guy's angle was bullshit. Yeah, yeah. Uh, this could be IR record pace. I believe if the ending was super fast, but the ending is kind of difficult to get fast. We'll see what happens. We will see what happens. There's Jesse. I'm slipping by. Okay, this is super fast, this could still be IR record, let's see. I don't know if that was IR record or not. Might have been. We'll see what happens. We'll see what happens. We'll see what happens. That happens.